Ja, durch Instagram automatisiert Kunden gewinnen. Dirk Reuter, der Verkaufstrainer Nummer 1, hat mit der Instagram Neukundenmaschine einen Kurs herausgebracht, der dir zeigt, wie du mit dem Instagram-Algorithmus konstant Neukunden gewinnen kannst. Dabei ist es ganz egal, ob du im Vertrieb arbeitest oder ob du digitale Produkte verkaufst, ob du Coachings verkaufst, ganz egal. Hier zeigt dir Dirk einfach, wie er es macht, durch Instagram automatisiert Kunden zu bekommen. Wir schauen uns in diesem Video an, ob der Kurs hält, was Dirk verspricht, was darin alles enthalten ist, was die positiven Punkte, was die negativen Punkte sind. Wir schauen einfach direkt mal rein und ich zeige dir, was dich darin erwartet. Let's go! Bevor es losgeht, du kannst dir Dirk's Kurs über den Link unterhalb des Videos sichern, www.bonuskiste.com.insta-Maschine, so wie du es hier siehst, ist der erste Link in der Videobeschreibung und dort hast du nochmal alle Infos zusammengefasst. Du bekommst von mir zusätzlich, wenn du dir die Instagram Neukundenmaschine über den Link unterhalb des Videos sicherst, meine Hotel-Stay-Strategie im Wert von 249 Euro. Das ist ein Videokurs, wo ich dir zeige, wie du kostenlos in verschiedenen Hotels übernachten kannst, im Gegenzug, dass du eben denen eine Dienstleistung erbringst und denen hilfst, fünf Sterne Google-Bewertungen zu bekommen. Wie das Ganze funktioniert, wie ich das in den letzten Jahren nutze, um kostenlos in allen möglichen Hotels auf der Welt, ja, kostenlos zu übernachten, das zeige ich dir. In der Hotel-Stay-Strategie kostet normalerweise 249 Euro, schenke ich dir in der Bonuskiste dazu. Meine Instagram Money-Strategie im Wert von 99 Euro bekommst du auch dazu. Da geht es um eine direkte Strategie, wie du mit Instagram Geld verdienst. Nochmal ein Zusatz zu Dirks Kurs. Sichere dir dazu einfach die Instagram Neukundenmaschine über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash Insta-Maschine und schreibe mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann. So, und hier befinden wir uns jetzt schon im Mitgliederbereich, wie du hier siehst, die Instagram Neukundenmaschine. Wir schauen hier direkt mal rein und schauen, was Dirk hier zu sagen hat. Ich würde sagen, ich kann dir hier natürlich nicht alles zeigen, aber ich möchte gerne das Einleitungsvideo von Dirk zeigen, wo er nochmal kurz darauf eingeht, was du im Kurs bekommst. Und ja, wir schauen einfach mal rein, was Dirk hier zu sagen hat. Let's go. Willkommen. Ich bin Dirk Kreuter und du hast gerade den Online-Kurs geöffnet, Neukundengewinn mit Instagram. Ich habe Instagram früher total unterschätzt. Also vor zwei Jahren war das für mich überhaupt kein wichtiger Social-Media-Kanal, so wie es heute vielleicht Twitter ist. Aber mittlerweile die letzten Monate, also wirklich vielleicht so die letzten zwölf, 15 Monate, ist Instagram einer unserer wichtigsten Kanäle geworden, über den wir kommunizieren. Und deswegen gibt es jetzt einen Online-Kurs zum Thema, wie du Neukunden gewinnen kannst, sowohl im Geschäftskundenbereich als auch im Endkundenbereich und wie du darüber mehr Reichweite bekommst, wie du damit mehr Umsatz machst. Beginnen wir mit einer Einleitung. Erstens, so arbeitest du richtig mit diesem Kurs. Zweitens, so bekommst du mehr Abonnenten. Also erster Punkt ist, wie arbeitest du richtig mit diesem Kurs? Die Empfehlung ist, dass du ihn nicht komplett konsumierst. Das empfehle ich bei allen Online-Kursen. Es bringt nichts, den Kurs von Anfang bis Ende einfach durchzuarbeiten und dann doch nichts zu tun. Sondern besser ist es, dass du dir jedes Kapitel gewissenhaft anschaust. Von mir aus einmal komplett durchschau. Dann schaust du es nochmal und machst die Notizen. Stoppst immer wieder nach jedem Tipp. Und dann, bevor du das nächste Kapitel dir anschaust, setz das erstmal um. Erlaube dir erst, das nächste Kapitel zu schauen, nachdem du das vorherige Kapitel zumindest zu 80% umgesetzt hast oder zu 80% zumindest angefangen hast, das umzusetzen. So, das ist der Tipp dabei. Der Kurs macht dich nicht erfolgreich. Erfolgreich macht dich immer nur das, was du nachher daraus umsetzt, was du daraus machst. Also, in Kapitel 2, so bekommst du mehr Abonnenten. Abonnenten bekommen bedeutet, dass du mehr Sichtbarkeit bekommst. Überleg mal selber, wenn du auf Instagram bist, wen abonnierst du und wen nicht. Also, ich habe aktuell, weiß ich nicht, über 80.000 Abonnenten. Aber ich habe vielleicht 80 abonniert, also 1 Promille abonniert. Warum? Weil ich kann so viel gar nicht konsumieren. Und der entscheidende Punkt ist, dass du nicht so viel Social Media konsumierst, sondern dass du Social Media als Werkzeug für dich nutzt. Also, in Kapitel 2 geht es dann darum, wie bekommst du mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite. Und zwar organisch, ohne dass du die Abonnenten kaufst. Weil sonst hättest du dir den Kurs auch sparen können. Und du kaufst dir einfach x-tausend Abonnenten. Und dann hast du auch das, was du haben willst. Aber nicht wirklich. Ich erkläre später, warum es keinen Sinn macht, Abonnenten zu kaufen. In Kapitel 3 geht es um die Interaktion mit deinen Abonnenten, mit deiner Zielgruppe. Es reicht nicht, nur ein Abo zu haben, sondern du musst es auch schaffen, dass deine Zielgruppe mit dir sehr stark kommuniziert, interagiert. Nur wer interagiert, wird auch später bei dir etwas kaufen. Nur wer interagiert, beschäftigt sich auch wirklich mit dir. Das ist ganz wichtig. So machst du organischen Umsatz. Das ist dann Kapitel 4. Organischen Umsatz heißt, ohne dass du da Geld drauf packst mit Anzeigen und Co. Wie machst du organischen Umsatz? Den Großteil unseres Umsatzes bei Instagram machen wir organisch. Aber wir machen auch bezahlten Umsatz. Und das ist das fünfte Kapitel. So machst du Umsatz, indem du beispielsweise Anzeigen schaltest. Das fünfte Kapitel mache ich nicht selber. Das macht der Robert. Robert ist COO und einer der erfahrensten Online-Marketer in meiner Tochtergesellschaft in MyBestConcept. Und ihn habe ich gebeten, dass er das bezahlte Thema einmal aufarbeitet. Also freu dich da auf Kapitel 5. Bauen die Kapitel aufeinander auf. Das ist so die häufigste Frage. Ja, das tun sie. Wir sprechen später in Kapitel 4 und 5 über Begriffe. Die musst du vorher kennen. Du musst vorher wissen, worüber wir sprechen, damit du es richtig einsortieren kannst. Deswegen mein Tipp ist, fang wirklich bei eins an und dann setz um. Dann ist das zweite, dann das dritte, dann und so weiter. Das ist der Tipp an der Stelle. Wenn du Führungskraft bist, wenn du Chef bist, musst du das nicht alles umsetzen. Dann rate ich dir, arbeite den Kurs zusammen mit deinen Mitarbeitern, deinem Assistenten, Assistentin durch und lass es später umsetzen. Ich persönlich als Chef kann dir nur sagen, ich will wissen, was die machen. Ich will wissen, was geht. Ich will wissen, was die Ergebnisse sind, ohne dass ich mich mit den Details und der Umsetzung aufhalte. Ich sage immer nur, ich will das und das haben. Wie es umgesetzt wird, das ist dann deren Job. So, dann können wir loslegen und gehen direkt rein in, so bekommst du mehr Abonnenten. Ja, das hat Dirk bereits super erklärt. Da muss ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Wie gesagt, du lernst hier eben, wie Dirk es macht und wie er es seinen Kunden empfiehlt, dauerhaft Neukunden über Instagram zu gewinnen. Ganz egal, was du verkaufst, sei es ein Coaching, sei es ein digitales Produkt, sei es, ja, du bist Vertriebler und möchtest deine Produkte, was auch immer das ist, auch physische Produkte, an den Mann bringen, verkaufen. Warum? Dann zeig dir Dirk hier, wie du das Ganze machen kannst und wie du Instagram, eines der schnellst wachsenden sozialen Netzwerke da draußen nutzen kannst. Wenn es einer kann, dann Dirk, er ist Verkaufstrainer Nummer 1 in Europa und das belegen auch seine Zahlen und hier zeigt er dir eben, wie das Ganze geht. Wie bekommst du mehr Abonnenten auf Instagram? Welche Strategie solltest du da verfolgen? Wie du hier bereits siehst, er zeigt dir hier verschiedene Strategien, wie zum Beispiel Gewinnspiele machen, echten Mehrwert bieten und so weiter, die du auf deinem Instagram-Kanal durchführen kannst, um eben nochmal zusätzliches Engagement und damit mehr Abonnenten zu erreichen. Im dritten Modul geht es um die Interaktion mit deiner Zielgruppe, wie redest du mit denen, wie interagierst du mit denen, je nachdem was du verkaufst, gibt es hier verschiedene Strategien, wie du da vorgehen kannst. Wie machst du organischen Umsatz, also Umsatz, der dich erstmal nichts kostet, zumindest kein Geld, der dich nur Zeit kostet. Wie schaffst du das? Und das in so ziemlich jeder Nische. So machst du bezahlten Umsatz. Auch das ist möglich und das ist eine Strategie, die sich eben dann auch hochskalieren lässt. Das heißt, du schaltest hier BBC-Werbung, du zahlst im Grunde Facebook, Meta, Instagram, je nachdem, wie du es nennst, dafür, dass du Werbung schaltest, dass du einer bestimmten Menge an Personen ausgespielt wirst und mit dem Ziel natürlich, mehr einzunehmen, als du ausgibst. Und hier wird dir genau Schritt für Schritt erklärt, wie das von Dirk und seinem Team, der die besten Marketer im deutschsprachigen Raum im Hintergrund hat, das kann ich dir schon mal sagen, wie das Ganze hier durchgeführt wird. Visuelle Planung, das wird dir hier genau erklärt. Werbekonto einrichten, wie misst du die Ergebnisse, wie setzt du die Kampagne auf, wo klickst du da genau. Das finde ich extrem geil, dass das hier so gemacht wird. Das ist bei den wenigsten Kursen der Fall, dass das auch in der Praxis gezeigt wird, weil hier zeigt dir im Grunde ein Mitarbeiter von Dirk einfach genau, was die bei Dirk machen, was die da für Ergebnisse haben, wie die jede Kampagne aufsetzen, ganz egal welches Produkt, die launchen, gewinne für wenig Geld neue Kontakte in deiner Zielgruppe. Das ist hier bereits, das sind hier so die Videos, die drinnen sind. und Strategie finalisieren und Wiederholung. Also hier gibt es eine genaue Anleitung, wie du hier quasi vorgehen kannst und du musst es im Grunde nur mehr nachmachen. Das ist der Kurs, wie gesagt, er ist nicht lang, nicht unnötig lang. Es ist genau das, was du brauchst. Du hast hier keine Live-Calls oder ähnliches dabei. Das könnte man als negativen Punkt sehen, ist aber für einen Kurs in dem Preisbereich absolut in Ordnung, weil du eben genau das hast, für das du bezahlt hast. Du weißt genau, wie Dirk Neukunden über Instagram gewinnt. Zusätzlich hast du hier nochmal ein Bonusmodul, App-Empfehlungen, die dir Dirk nochmal weitergibt, beziehungsweise seine Mitarbeiter, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber hier vor allem das fünfte Modul finde ich extrem interessant für alle, die auch mit Ads starten wollen. Instagram eignet sich dafür sehr gut. Über Facebook, über Meta kannst du Instagram Ads schalten und kannst im Grunde genau targetieren, wen du da erreichen möchtest. Also wenn du da ein Produkt hast im Gartenpflegebereich, kannst du genau Leute targetieren, die sich eben genau für diese Sachen interessieren, die sich für Gartenpflege interessieren, die einen Garten haben, die ein Haus haben und so weiter. Das lässt sich hier sehr, sehr genau targetieren. Und wie das Team von Dirk das macht, das lernst du eben hier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein super Kurs in dem Bereich. Das Einzige, was hier, wie gesagt, nicht dabei ist, ist jetzt ein genauer Schritt-für-Schritt-Support. Du musst dir das hier im Selbststudium lernen. Aber das ist für den Preis vom Kurs her absolut okay und kann ich definitiv empfehlen. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir die Instagram-Neukundenmaschine von Dirk über den Link unterhalb des Videos sichern. Dort hast du auch nochmal alle Informationen, was alles drinnen ist in der Instagram-Neukundenmaschine. Bonuskiste.com slash Insta-Maschine und du bekommst zusätzlich von mir dazu meine zwei Videokurse, die Hotel-Stay-Strategie im Wert von 249 Euro, wo ich dir zeige, wie ich kostenlos in verschiedenen Hotels auf der Welt übernachte, im Gegenzug denen 5-Sterne-Google-Bewertungen bringe von deren Kunden. Die sind nicht gefakt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in der Hotel-Stay-Strategie. Kostet normalerweise 249 Euro. Schenke ich dir in der Bonuskiste dazu und meine Instagram-Money-Strategie, wo ich dir zeige, wie du mit Instagram Geld verdienen kannst, und zwar durch das Vermitteln von digitalen Produkten. Kostet normalerweise 99 Euro, ist ein Videokurs, der dir das ganze System im Grunde erklärt. Sichere dir dazu einfach die Instagram-Neukundenmaschine über den Link unterhalb des Videos, bonuskiste.com slash Insta-Maschine, so wie du es hier siehst, und schreib mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com, damit ich weiß, wohin ich dir die Bonuskurse freischalten kann. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ciao.